Tirol liegt im Wok-Fever. Wer derzeit die Olympia-Bob- und Rodelbahn in Idels besucht, darf sich sicher sein, zahlreiche bekannte Gesichter anzutreffen. Grund dafür, das besondere Angebot der Olympia-World, die Bahn mit dem Wok zu befahren. Auch das Soccer-Team Tirol hatte sich nicht entgehen lassen, gemeinsam mit Freunden und Sponsoren die Bahn mit dem Vierer Wok zu bezwingen. Immerhin werden Geschwindigkeiten von bis zu 90 kmh auf der rund 1,2 km langen Bahn erreicht. Neben Harald Lederer, Berni Raut, Roman Ferdikund und Co. haben auch Franz Wieshaber von Milano-Männermoden und Gregor Lindner den Eiskanal bezogen.